hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von richtig du musst früher antworten ja und dann immer dieser jan so wir haben in der zwischenzeit schon mal so ein bisschen an ressourcen vorgearbeitet damit wir jetzt nicht hier stundenlang den rohressourcen arbeiten müssen und ford hat in der zwischenzeit auch schon mal hier dieses kabel gelegt macht diese 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 strom mast mit diesen grenzen daran acht durch ja gut dann werden wir jetzt schon mal so die ersten strom mäßigen produktionen ja bauen ich hatte die übrigens aber auch schon die grund ressourcen hatte ich kalt ja doch hier habe ich doch kalt stein schon hingelegt hat und kohle hatte auch schon gefunden wow aus 100 kalksteinen kannst du gerade mal 33 beton machen was für ein verhältnis sind bestimmt 33 33 33 33 periode nein nicht die periode die du kennst das war es mit dem periodenstrich zu tun ich habe nichts mit dem zu tun ich habe nur gerade wenn ja brain afkar ich habe gerade der die tastenbelegung irritiert die haben irgendwie die tastenbelegung geändert wenn du splitter und merch auswählst also dass die der umschalt button ist ein anderer das hat mich gerade etwas irritiert wie viel kann eine normale mark 1 welt 60 ok das kann ich dir leider nicht so sagen aha und ihr macht ihren in gibt's aha also eine stadtwerke wäre stolz auf dich bei so vielen strommasken hier ja lieber zu viele strommasen als zu wenig weshalb dinge haben noch hier slots hier guck mal was hier liegt hier wo war es ja beton perfekt so ich brauche sehr viel beton und ich brauche viele container das heißt also sowieso ja das organisation storage container platten und stangen ich sage mal so supermarkt anfangen ein glück dass wir hier mehr als nur ein von diesen 8 flichten da jetzt gerade hier faden verloren ach so genau ein glück das war mehr als ein kalt gestern vorkommen haben ich muss noch mal kurz in die option gehen irgendwo war die einstellung dass ich diesen spook modus da einstellen kann was spook das sind mehrere sachen auf einmal pläsen kannst oder war ja noch irgendwas mobile meiner wir brauchen eisenplatten und esenstangen ich bin ja intelligent alles gut ich habe die auto meiner benutzen die wir schon haben okay jetzt erstmal die verheizen die wir schon haben mehr wir brauchen mehr mehr pack so klar ich bin trotzdem noch irritiert ich versuche mir noch auszufinden wie komme ich in diesem modus normalerweise wenn du also ein falsches bau menü da wollte ich hin und zwar wenn du die das fundament zum beispiel ausgewählt hast dann steht bei mir baumodus wechseln mit r taste r wo steht die information auch dankeschön so viel supiger ja keine ursache so dann bauen wir jetzt noch mal eben schnell ein paar was hätten wir haben wenn ich den supermarkt hier mitten in unsere mitten in den schuss mitten in die line lege dahinten hin so ich gehe mal davon aus wir werden so oder so nochmal strikt umbauen müssen jetzt habe ich mal ein paar mobile meiner zu viel gebaut egal hier war das noch mal wir brauchen mehr power wir brauchen Silos äh ja was floor is too steep hä what the heck wenn ich die auf Kante setze Logistics toll ähm wollen wir den supermarkt so machen oder mit items wie draußen davor sind damit man es leichter wieder erkennt was drin ist ich würde dir so eine variante bevorzugen mach wie der danach ist ich werde mich dir anpassen weil du bist die Borg so ich meine so quasi einfach nur dann kannst du mal sehen was da vorne ist ja ok 1 2 3 4 also ich habe jetzt sechs mobile meiner jetzt auf dem kalkständigen aufgestellt da sollten wir jetzt also einiges an kalkständigen jetzt erstmal so nebenbei wieder bekommen achja schade dass es hier nicht so eine Art Zoom Funktion gibt die man so auf einer Taste legen kann sondern immer nur hier diese diese ähm bestimmt gibt es das ja aber ich bin diese diese Minecraft Zoom Funktion von Optifine gewohnt oder automatisch schon bei Maustasten klickt dann so oder äh bei Tastendruck zoomst äh du hattest auf jeden Fall jetzt schon mehr als genug Biomasse gemacht gehabt sagst du ne mhm äh ich finde ich etwas irritiert eigentlich sollten die hier doch oh die Ausgangsdinger sind voll deswegen die Fabrik hatte gerade irgendwie Rückstau gehabt aber das liegt mehr daran dass der ähm interne Puffer voll war oder Moment was produziert denn der 30 und 30 warum staut sich denn das äh weil irgendwie durch das Laufband wahrscheinlich das Lager nicht so schnell äh voll gemacht wird das kann ja nicht sein frag mich nicht warum jetzt scheint es zu laufen oder? jetzt läuft er flüssig ohne zu stoppen ah ne 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 jetzt steht er wieder bei mir ich habe keine Ahnung warum ne wieso die laufen noch jetzt ohne Unterbrechung kein Rückstau achso du meinst aber optisch ne ja ja das ist nur optisch es geht mir mehr um die ähm äh die 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 Dinger selbst dann halt äh gestaut so wollte ich das jetzt im Endeffekt aufbauen quasi gegenüber noch eine Reihe container und dann quasi zwei Reihen container was weiß ich acht stück oder so und dann zweite etage eine dritte etage eventuell noch macht ihr also mach es so wie die danach ist so 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 meine mark 1 nicht mehr genug uns für ein eisenplatten wie viele platten brauchst du die smart splitter menschlau was wie viele platten dauer einfach reisenplatten ein paar ich habe 300 die ich verarbeiten könnte ich brauche es mal assembler klar machen ich gebe dir erstmal das ganze reisen und dann machen wir gelegenheit assembler klar und ich nehme die eisenplatten mit hoppala ich glaube du hast die zweiten eisenplatten mit genommen kann er sein naja danke dir so das wollte ich nicht logistik also jedes euro ja für jedes euro ein euro in die let's play kasse hier wiederholen da fangler stunden sonst noch ein heißen kaffee ein sechser im lotto also in heißen kaffee kann ich erst bieten wenn wir technologisch so weit fortgeschritten sind ok ja gut und ein bulldozer möchte ich gerne noch haben definitiv ja so kann ich hier wieso place und das so bekloppt ja wahrscheinlich weil ich hier noch so ein komischer strauch der busch im weg ist ja du musst rasieren wir brauchen eine säge wir brauchen eine säge ja wir brauchen eine säge wir müssen was brauchen für die säge zum freischalten ach ist ja nicht auszuhalten lass mich gucken sprungflächen logistik nein das war es nicht wir brauchen 100 kabel 100 konkret und 500 schrauben ich habe so viel eisen in meiner tasche das kann ich dir nicht sagen aber ich könnte eventuell hast du noch genug beton auch nicht guckst du mal bitte hier in die kiste ich wollte gerade sagen was fällt dir auf ich sehe schon kommen in irgendeiner folge muss ich schon wieder dieses piepe rein machen war was ist dein problem nicht meins oh ja aber haben ja das ei hast du dir selbst gelegt nein 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 diese eier gibt es erst wieder zu ostern wieso denke ich jetzt gerade an eiersalat stimmt der hätte jetzt weihnachten auch noch gefehlt aber ich hatte weihnachten sauerbraten und rouladen gerade vor gänse gänse fleisch und gänse eier salat ja also bei mir gab es weihnachten nur nur vom pferd und klöße und rotkohl was du dir ein vom pferd erzählen das ist ja nicht mein problem oder vielleicht sogar noch schlimmer ein vom pferd auftischen lässt so dann packen wir schon mal die schräubchen hier rein die wir gebastelt haben dann hole ich noch mal ein schlückchen ziegelsteine hier kalkstein ziegelsteine karschen oh ja jetzt kriegen wir aber mehr als genug ziegelsteine erstmal 1,2,3,4,5,6 also ich habe jetzt hier ne kalkstein ich habe jetzt 600 kalkstein mal eben rausgeholt achso das sind 200 beton nice ja du sollt ne weile halten hoff ich sagt der und verzweifelt das schon beim ersten fundament ich habe schon schrauben reingetan gehabt guckst du doch mal oben in das ziel rein ich bastel jetzt gerade die 100 beton äh ne ich mache jetzt erstmal schrauben 500 schrauben ja so viel also 500 brauchst du jetzt gerade gar nicht machen weil ich da nämlich schon für das ziel 500 also ähm schon über die hälfte reingetan hab ah lol ja egal jetzt haben wir einen schrauben überschuss ist auch nicht schlecht forgy trägst du eine Brille ich suche gerade leicht nö ja und schon will diesen escape fehler gemacht so wir brauchen ein paar kebel und ein paar reinforced plates äh kann man schon reinforced plates erstellen äh äh verstärkte eisenplatten ja wofür wir schrauben und eisenplatten haben also eisenplatten hab ich noch im inventar wenn du brauchst ich habe alles was ich brauche und ein bauch habe ich auch ach ja gut dann mache ich jetzt noch mal eben schnell eine kettensäge dann sollten wir aber eigentlich jetzt für die kettensäge brauchst aber doch den einen fuel ne genau moment das ding läuft nicht mit biomasse nein ja da war was ne eine biofuel schon herstellen ja wir können wir können wir können schon lange ok gott aber dann nehme ich hinten alles raus joi bocci und joi jo bleib mal da stehen wo ich weiß warum ja eine spende für die armen also gerade so gestanden hast du mir überlegt hattest du schon mal einen xenosepper im kniehahn du weißt schon dass ein defibrillator an einer anderen stelle platziert wird ja aber aus dem kniehalter wenigstens so schlechter wenigstens so schlecht raus nehmen nur so schlecht raus nein ja genau richtig ach ja so dann also ein bug haben wir zumindest immer noch und zwar wenn du eine sache schon die ganze zeit gecraftet hast du dein neues material dafür holst und dann noch weiter craften möchtest du ja dann ist dieser fertigung button irgendwie noch nicht so aktualisiert dass du dann von jetzt auf gleich wieder weitermachen musst da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet weil ich muss dann ich breche das immer ab bevor ich aus dem inventar raus gehe ja du musst dann immer wieder auf ein anderes item drauf klicken und dann wieder auf das was ich craften möchte und dann kann ich erst weiter craften aber naja ich verstehe jammern auf hohem niveau nennt man sowas auch so baue den weltraum lift nein den bauen wir noch nicht der herr möchte bestimmt ähm später noch irgendwelche anderen sachen haben wir haben ja schon stufe 2 ich brauche gleich ein assembler für den biofuse kriegst du eine macke die kraft geschwindigkeit ist ja ab bis mal ja wunderbar jetzt habe ich zum beispiel abgebrochen jetzt kann ich das rezept auch nicht fortsetzen bei mir genau das ist ja das was ich gerade meinte da muss ja erst auf eine andere sache klicken und dann wieder auf das ursprüngliche und dann noch mal kurz raus wieder rein und dann noch mal kurz raus wieder rein das ging auch bei mir was war das ich verschlupft alles alles gute alles gute kommt von innen ja was soll ich sagen achja so wie viel ähm ähm biotreibstoff hast du ne ne beim trinken zu ähm für mich selbst genug ja ich baue gleich auf Moment ich baue gleich eine fabrik ich muss bloß erstmal erstmal kurz hier vorne diesen nervtötenden Busch entfernen Rosi Lapperschef an äh ok super 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 du hast damit angefangen du wirst du wissen wo es geht ja ja der super kopf so genau ähm du hattest mir beton gespendet auch mir viel eisenplatten achja da ist es wieder ich baue reisenplatten dieses elendige hast du noch ein paar? nein hätte ja sein können aber ich manchmal muss dieser Schiff klicken bei mir aber auch nicht aber ich weiß wie wir ganz schnell an solche Sachen rankommen hey hey bocci bocci bei meiner crafting station dankeschön das sollte reichen das sagts jetzt heute aber nicht zum ersten mal das sollte reichen und schwupps ich hab mir schon wieder aufgenommen ahja soo dann kommt jetzt hier ein Assemblierer hin ne das ist falsch meiner? Craftbench? Constructor Entschuldigung Assembler ist ja das nächst größere Teil ist mittig? ich möchte es doch hoffen ah im Verkehr drum einmal mit Profis bauen ich hätte jetzt beinahe was Falsches gesagt dann sag doch was richtiges was richtig Falsches meinst du? oder so mach mir völlig klar er müsste das auch jetzt schneller können der muss doch jetzt solid biofuel wesentlich effizienter hinkriegen als ich oder? ja das kann der viel besser als ich denk an das ist der scheiß workshop im Weg ja denk bitte aber an unsere äh energie ne? das kriegt man schon hin keine Sorge das ist prima die krieg ich schon leer du meinst äh die energieproduktion ausgereiht fack dir fehlen Eisenstangen? warte wo bist du? hinter dir hinter dir jetzt vorne beim Crafting dong voll ins Gesicht alter danke ähm ich hätte noch was für dich ähm Moment ich place erstmal schnell den Storage Container und schließe das Ding hier an das da und das da oh sieht sogar hübsch aus also all das was ich gerade nicht brauche geb ich dir ok ich muss erstmal mein Inventar hier in die Schatzkiste entleeren ich hab so viel Krempel dabei den ich und die Kiste ist auch schon voll ne? durch den Kalender öffnen ayo echter Schnee what the hell und sie ist voll können wir noch was rausnehmen was da nicht hingehört? hab ich schon dein gehört da nicht hin mach ich sowas oh man ey warum muss ich denn nur so verschlucken ey hm hm ich bin echt zu doof zum trinken kann ich hier nicht hier drinnen placeen? warum nicht? ist doch doof was was möchtest du placeen? identische Storage Box hier die neue Personal Storage Box nein nein ich setze jetzt einfach mal eine hier hin damit wir einfach ein bisschen was haben warte mal wo ist vorne und wo ist hinten? hier ist vorne ok das habe ich bei manchen leuten auch so immer so gefragt wo ist vorne und wo ist hinten? wo vorne und hinten? ja hier haben wir jetzt erstmal unsere Auskotzkisten für schrott und nippes ok übrigens den den Kalender haben wir aber auch schon gelootet ach ja ja bis auf die die du wegen Konfigurationsfehler nicht freischalten kannst ja alles gut warte mal kann ich nicht einen Storage Container da oben drauf schrauben und dann das einfach rumschlängeln darfst du das nicht machbar sein mit dem Winkel? naja der Winkel passt noch nicht das ist das blöde naja guck mal so geht es theoretisch sieht zwar nicht geil aus weil du bist ein bisschen gegen die Geometrie des Gebäudes obwohl so geht es obwohl so geht es so kannst du da oben nämlich einfach dein oh du hast ja schon Bio Gemüse reinpacken du hast ja schon was etwas wertvolles 20 Energiefragmente in der anderen Kiste in der anderen Kiste so dann den ganzen Christmas Kram packe ich in die mittlere Kiste rein das nicht das nicht das ist ein Inhaler noch irgendwas zum fixen müssen das haben wir nicht und das Rechte packe ich jetzt einen Crab rein den Stein da den kann man auch gleich mal verwursten wissen vielleicht nicht unbedingt manuell so warum kann ich den fixe Coupon nicht shift klicken? das weiß ich nicht so das sollte erstmal sortiert richtig sein da ist noch Stein in der ganz rechten Kiste was? leider nicht wo kommt da jetzt her plötzlich Alter was geht auch mal Stein eigentlich für irgendetwas sinnvolles? ja für Beton naja außer Beton meine ich das ist eine gute Frage so und in der nächsten Folge sehen sie wie Forgi über Assembler Maschinen dann halt die ersten Fertigsachen dann produziert oder? ich denke schon ja gut aber wir sind heute zumindest schon da bis später ja schon weit gekommen so tschö 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 und Untertitelung des ZDF, 2020